das duftet hier wahnsinn heute am 23 august 2021 ein mächtiger pilzfund aller anfang und was wir hier haben sind hier pfifferlinge steinpilze sogar auch kleine so ein kleiner die sind richtig gut das ist auch ein steinpilz liken heißt immer vielen dank für eine live übertragung und ja ich habe ja kürzlich ein video schon online gestellt aus dem jahr 2018 in der video beschreibung ist der link ich verlinke es auch hier im nachgang noch mal und da müssten jetzt in der gegend auch sehr gut steinpilze und pfifferlinge liegen also da gibt es sicherlich dann noch ein video aber ich habe dachte ja der kleine fund ich selber war bei der suche jetzt nicht dabei ich bin völlig überrascht was es hier gab und das sind maronen was ist das hier das ist schon marone manche sage braunkorbe und wie gesagt hier steinpilz hier ist ein steinpilz und das ist wieder braunkorbe genau und heute abend gibt es semmelknödel mit pilzsoße wunderbar übrigens wenn ihr mich verfolgt auf instagram wenn die pilze dann schön geputzt sind dann tun wir die noch schön auftrapieren machen dann noch bild oder vielleicht nur zwei und dann auch wie so ein teller esser ausschaut und den gibt es dann auf instagram und in der video beschreibung ist das ganze dann verlinkt aber wie gesagt erst muss man hier putzen kochen essen und dann irgendwann im lauf des abends könnt das bild danach gucke in diesem sinn danke fürs einschalten und folgt mir auch auf meinen anderen kanälen in der video beschreibung jetzt einige links zu pilz videos macht's gut schöne woche bis dann und tschüss